Nina Bot ist ein absolutes Multitalent, ob Schauspielern, Bloggen oder Mamas sein. Die 38-Jährige kann einfach alles. Erst vor knapp 8 Monaten kam ihr zweites Kindtöchterchen Luna zur Welt. Und oh la la, Nina Bot sieht schon wieder richtig knackig aus. Doch das kommt nicht etwa durch ein hartes Diätprogramm. Das klingt doch sehr vernünftig. Viele prominente Gleichgesinnte hatten Nina Bot nicht. Es gibt genügend Stars, die bereits wenige Wochen oder gar Tage nach der Geburt ihrer Kinder schon wieder die perfekte Bikini-Figur haben. Das geht oft nur mit hartem After Baby-Workout. Doch genau dieser Fitness-Fanatismus bringt die Zweifach-Mama auf die Palme. Ja, und dass es Luna bei der Schauspielerin gut geht, davon sind wir überzeugt. Was soll denn bei der Mama auch schief gehen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.